Diese geführten Meditationen sollen dazu dienen, dass Sie mehr Energie in Ihrem Leben zur Verfügung haben. Um diese Meditationen auszuführen, können Sie sich hinsetzen oder auch hinlegen, ganz wie Sie möchten, Sie können Ihre Augen offen lassen oder schließen, Sie können sie in jeder beliebigen Reihenfolge ausführen, so oft oder so selten, wie Sie möchten. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu entspannen, zuzuhören und Ihre Vorstellungskraft zu benutzen. Die grundlegende Übung für alle weiteren Meditationen nennt sich dem Atemfolgen. Mit dieser wollen wir jetzt anfangen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Versuchen Sie nicht, ihn zu verändern oder auf irgendeine ganz bestimmte Art und Weise zu atmen. Just become aware of the breath, the inhalation and exhalation. Werden Sie sich des Ein- und Ausatmens einfach nur bewusst. Wenn Sie sich des Ein- und Ausatmens einfach nur bewusst sind, wenn Ihnen jetzt so einiges durch den Kopf schwirrt oder Ihre Gedanken mit Ihnen auf Reisen gehen, sorgen Sie sich nicht allzu sehr darüber. Just gently bring your attention back to your breath. Bringen Sie in diesem Fall Ihre Aufmerksamkeit einfach ganz sanft wieder zu Ihrem Atem zurück. Feel the tension in the body begin to relax as you do this. und spüren Sie, wie die Spannung in Ihrem Körper sich löst, während Sie das tun. und spüren Sie, wie die Spannung in Ihrem Körper sich löst. und spüren Sie, wie die Spannung in Ihrem Körper sich löst. und spüren Sie in Ihrem Körper sich löst. und spüren Sie sich auf Ihrem Körper sich löst. Entschuldigung. Vielen Dank. As you breathe in, as you breathe out, all day long you can experience how much energy your breath can give you. As you can see, how much energy you bring in your breath. As you can see, how much energy you bring in your breath. As you breathe in, as you breathe out, all day long you can hear how much energy you bring in your breath. As you breathe out, let's look.